Es gibt leider keine V-Bucks-Mission, aber ich dachte mir, jetzt da wir hier nicht mehr so viel haben, zeige ich euch, ob es heute legendären Überlebenden gibt und den gibt es heute auch. Der ist einmal hier, Datenbeschaffung und vielleicht interessiert es ja jemand dafür für einen Helden in legendär, ich weiß aber noch nicht, ob das oder das Spezialkommandant Bunch ist. Ich glaube, die war auch schon öfters mal im Shop drin. Ja, ansonsten gibt es hier wirklich nichts Neues. Keine V-Bucks-Mission. Stellt euch darauf ein, dass V-Bucks-Mission in nächster Zeit rar werden. Kann aber auch sein, dass es vielleicht nicht der Fall ist, aber jetzt im Moment, heute zum Beispiel, gibt es keine, also gibt es morgen vielleicht eine, vielleicht nicht, dann wieder am Dienstag.